ich befinde mich hier gerade im wunderschönen eventuell kennt man es an der umgebung auch kenner wissen es nordköping hier in schweden wo ich gerade ein wenig durch die gegend flaniere und mir noch einmal alles ansehe bevor ich dann morgen aufbrechen nach stockholm was dann auch meine letzte station sein wird auf der reise jetzt natürlich auch aufgrund der umstände alleine unterwegs weswegen sich darauf geeinigt wurde jetzt vorerst auch mal nicht mehr alleine nur noch durch die walache irgendwie zu tigern und alleine zu zelten sondern halt die städte direkt anzufahren und sich einfach die umgebung anzusehen wie heute zum beispiel in nordköping was auch wunderschön ist weil hier einfach denn ist so ein geiles land ich kann es wirklich nur sehr schwer beschreiben habe es ja schon probiert irgendwie am anfang ein paar mal in worte zu fassen was mir nicht wirklich leicht viel wie ihr mitbekommen habt aber so doof wie das klingt der himmel ist hier einfach blauer oder irgendwie also das licht wirkt anders und ich weiß nicht woran das liegt eventuell ist es auch einfach nur eine riesige riesige rosa rote brille die ich auf habe mit der ich hier durch gehe weil ich so verglückt und freudig durch die gegend hobs und einfach alles auch schön finden will das kann natürlich auch sein nee aber ansonsten wie ihr es eventuell seht selbst diese parks hier mit irgendeinem komischen ja grünen fallus mittendrin sind einfach pupsauber das ist unfassbar und auch überall an den häusern man findet keine schmierereien auf dem boden ist sehr wenig dreck ich meine ich komme aus dem sehr dreckigen hauptdrecksstadt ding namens berlin das ich innerlich liebe und wunderschön finde keine frage aber das hier ist ein gehöriger unterschied was sauberkeit betrifft und das fühlt sich sehr schön an das ist wirklich was sehr sehr hügel angenehmes ja ansonsten habe ich jetzt noch knapp eine woche besser gesagt genau sechs tage bis es dann zurück nach deutschland geht will hier nicht wirklich weg versteht mich nicht falsch ich freue mich auch sehr wieder zurück zu kommen zu meiner verlobten zu meinen katzen und auch zu meinen ganzen anderen sachen zu euch zum beispiel nicht wahr aber das hier ist einfach man ist das schön hier ich genieße wirklich jeden tag mehr und mehr das ist einfach eine geile sache ich bin sehr dankbar dass ich das machen konnte und ich bin auch noch sehr dankbar für die kommenden tage und bin gespannt was da passieren wird hier übrigens jetzt gerade wo ich lang gehe hinter dem grünen fallus ist diese kleine anlage in der ich gestern drin war weil ich dachte mir so wenn da ist man abends in der stadt dann kann man ja einfach mal was trinken gehen das mache ich auch so einfach gerne und dann war dadurch zufallen kneipenquiz ich weiß nicht ob ihr das kennt kneipenquiz ist quasi man setzt sich in der kneipe und dann wird gemeinsam in runden an den tischen geraten und dann werden halt fragen gestellt von einem fragensteller aus der kneipe und das team das am ende gewinnt bekommt glaube ich ein freigetränk oder drinks dann für den abend und oder nüsse oder irgendwelche giveaways und so war das auch hier allerdings mit songs raten was sehr merkwürdig war denn es waren sehr viele schwedische lieder dabei und ich ja kenne nicht ein einziges schwedisches lied außer vielleicht meine kleinen elektronischen sachen da aber die sind nicht der rede wert durch positionieren mich jetzt mal direkt so aber es war wirklich wirklich wunderschön hier noch einmal da war ich drin und hier gehe ich nun weiter lang und schaue mir noch die stadt ein bisschen an um dann irgendwann ganz bestimmt nach ein paar kilometern wieder erschöpft in mein hotelzimmer zu fallen und erst einmal das bett wieder zu genießen was so schön ist wenn man zelten war ich bin nicht so ein riesen fan von zelten muss man dazu sagen was ich am meisten wirklich hasse kann man so sagen am zelten ist dieses geräusch des reichs verschlusses wenn man früh morgens um sieben aufwacht weil da komischerweise der ganze campingplatz auf einmal aufwacht und dann macht das überall in allen ecken ich mag das geräusch nicht ich weiß nicht da kommt mir irgendwie ein bisschen die galle hoch und auch generell so auf naja so einen harten boden schlafen wird dann nach der zweiten nach doch recht stressig für die schultern deswegen so ein bett und sachen worauf ich mich auch noch freue wenn ich zurückkomme nach deutschland mein bett ich kann es jetzt schon spüren und es wird ein schönes erlebnis einfach hinfallen und weg einschlafen bis dahin hoffe ich gefallen euch auch noch die kleinen sachen die wir in der zwischenzeit aufgenommen haben aus der umgebung von nord shopping und auch noch von unserem wunderschönen aufenthalt bei rbnb das war ein glücksgriff sondergleichen weil wir kamen in jetzt lasst mich lügen wie hieß der ort ja nicht waldemars wieg sondern irgendetwas anderes mit v auch nicht weg hier oder ja so ähnlich ausgesprochen irgendwas anderes und wir kamen halt dort an um 17 18 uhr so und es gibt in der ganzen stadt da wo wir waren fünf hotels was großartig war und wir haben bei jedem hotel angerufen und probierten platz zu bekommen das gab kein platz mehr der campingplatz hatte mittlerweile zu weil er komischerweise um 18 uhr geschlossen hatte und dann saßen wir da und dachten uns ach du scheiße jetzt müssen wir irgendwie auf dem busbahnhof schlafen oder die nacht durch machen irgendwie mit dem notebook irgendwelche filme gucken und bei laune halten aber dann haben wir gedacht mensch rbnb ist auch eine sache die es ja gab und dann haben wir dort ein traum wirklich einen traum von einem von einer anlage gefunden die umgerechnet ich glaube 50 euro für uns beide pro nacht gekostet hat und die bilder die seht ihr auch das ist das mit dem wasserfall mit dem kleinen mit der ruine das war so schön und gastgeber auch so freundliche menschen also wenn die das an dieser stelle hören ganz bestimmt nicht die haben leider kein wort deutsch gesprochen es war wirklich eine schöne schöne erfahrung also wir haben hier sowieso nur schöne erfahrung ich probiere das irgendwann mal alles ein bisschen zusammenzufassen eine nicht ganz so schöne erfahrung für mich heute war dass ich vergessen hatte weil ich bösen schön finde glaube ich einfach nur hatte ich vergessen dass mögen ja eigentlich auch fleischfresser sind und ich durfte miterleben wie eine möwe einen angefahrenen vogel tot gemacht hat noch mal also der vogel war erst ein wenig ja angeknackst und hat probiert irgendwie wieder zu leben zu kommen und die möwe hat sich auf ihn gestürzt und hat ihn zerfleddert und dann gegessen vor meinem fenster quasi auf der straße war ein bisschen merkwürdig da war ein bisschen merkwürdig möchte ich sagen aber ja sind auch so erfahrungen die man mitnehmen muss ja nicht alles nur schön sein sondern auch so auch mal so nicht wahr so ich gehe jetzt hier noch mal am brunnen vorbei und wünsche euch bis dahin noch wunder wunder wunderschöne sechs tage wir sehen uns angriff der natur ja siehst du mal wir sehen uns sicherlich noch einmal aus stockholm wo ich 100 bilder machen werde höchstwahrscheinlich weil es wird mir schon gesagt dass stockholm so ungefähr mit eines der schönsten dinge sein soll die ich sehen werde auf meiner reise was für mich mittlerweile zumindest hier in nordköping sehr schwer zu glauben ist weil die stadt unglaublich schön wirklich unglaublich schön ich habe auch schon nachtbilder gemacht nacht also während der nacht hier ist alles erleuchtet und hier war ich werde nicht sagen hier tobt der bär weil hier ist wirklich wenig los aber hier gehen dann nur nette leute umher du hörst leute nur lachen und jetzt nicht wieder grölen sondern freundlich wieder singen aus allen ecken und händen ist alles ein bisschen verträumt ein bisschen ein bisschen sehr schön bisschen zu schön so ich hoffe ich sag nicht so oft schön 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 und bis dahin euer funk-wegeis-over-end-out no 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Gizmo 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 Untertitelung des ZDF, 2020